Vielleicht hast du auch schon mal überlegt, Online-Kunden zu gewinnen und brauchst dafür Leads oder du hast sogar gerade gegenwärtig ein Angebot auf deinem Schreibtisch, wo es darum geht, dass eine andere Agentur für dich Leads gewinnt. Bei der Lead-Gewinnung gibt es eine ganze Reihe von Fehlern, die du machen kannst, Geld, was du rausschmeißen kannst, was verschwendet ist und genau davor will ich dich in diesem Video warnen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Unternehmer, sondern berate auch viele Neugründer oder Bestandsunternehmen dabei und natürlich ist ein großes Thema auch das Kunde gewinnen über Online-Marketing-Kanäle. Und ein Stichwort, ein Begriff, was dich immer wieder dann konfrontiert, ist ein in Deutschen relativ neuer Begriff, nämlich der Lead. Wir kennen zwar das Verb to Lead, führen oder den Leader, aber im Marketingbegriff, da bewirkt sich etwas ganz anderes dahinter, was sich auf keinen Fall dahinter verbirgt, was Lead also auf keinen Fall bedeutet, ist, dass es ein tatsächlicher Kunde ist. Davon ist ein Lead meistens noch eine ganze Reise und eine ganze Weile entfernt. Was ist nun ein Lead, was ist es nicht? Wir schauen uns mal hier so einen kleinen verkürzten Funnel an. Also Funnel heißt Deutsch, der Trichter. Das heißt, auf einer Seite gehen viele, zum Beispiel User, Besucher, die Webseitenbesucher, Landingpage-Besucher oder diejenigen, die über deine anderen Inserate oder Anzeigen stolpern rüber. Also 500 User gehen auf eine Landingpage und konvertieren und werden damit ein Lead. Aber sind sie damit schon Kunde? Haben sie etwas gekauft? Weit gefehlt. Auch von diesen 50 Leads wären im optimalen Vorgang tatsächlich ca. 5 Kunden. Und nun kannst du auch ungefähr ausrechnen, wie viele Kontakte oder Besucher oder Traffic du auf deinen Seiten brauchst, damit daraus eine Leadmenge in der Quote von 10 zu 1 wird. Und das ist eine gute Quote, wenn aus 500 Besuchern 50 Leads wären. Und dann ist die nächste Aufgabe im Sales-Prozess aus 50 Leads 5 Kunden zu bekommen. Du siehst also, dass der Lead eine Zwischenlösung ist, die im digitalen Bereich auch gerade durch Datenschutz erheblich erst zugenommen hat. Hat eine Bedeutung also Menschen, die sich mit dir in Verbindung setzen wollen, die dir freiwillig die Kontaktdaten hinterlassen. Und ganz wichtig, auch die Permission, also die Erlaubnis geben, sich mit dir in Verbindung setzen zu dürfen. Oder dir die Erlaubnis geben, dass du die anrufen oder anmelden kannst. Also Lead ist so etwas wie ein echter Interessent, ein heißer Kandidat. So wie im Schuhgeschäft der Passant, der vorher noch auf der Fußgängerzone hin und her gelaufen ist, auf einmal dann die Türklinke drückt, die Ladentür öffnet und dein Ladengeschäft kommt. So weißt du, stillschweigend durch seine Bewegung in deinem Geschäft, dass der ein potenzieller Kunde werden will. Aber nur weil er dein Ladengeschäft betreten hat, ist dieser Passant ja noch nicht dein Kunde. Er ist ein Lead. Und das soll vielleicht an der Stelle erstmal grob reißen. Dann reichen, damit du weißt, was der Unterschied zwischen einem Lead und einem Kunden ist. Wir gucken nur mal rein, was genauer noch beim Umgang mit Leads hier zu beachten ist und worauf du achten solltest, wenn du Angebote von Agenturen bekommst oder Lead-Vermittler dir gegen Geld Leads verkaufen wollen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass du vorher genau definiert hast, wer deine Kunden tatsächlich sein werden. Also wenn du beispielsweise im B2B-Geschäft, also Business-to-Business bist, dann ist es sehr schwierig, einen Unternehmenskunden als Lead zu gewinnen. Also wenn du beispielsweise Autozuliefererindustrie oder Lebensmittelindustrie oder chemische Industrie als Zielgruppe hast, nur dann werden sich diese Unternehmen sich nicht bei dir in deiner Landingpage als Lead eintragen, sondern es sind immer Personen, die dahinter definiert sind. Es sind Entscheidungsträger beispielsweise, wenn du Events oder Trainings verkaufst, dann wirst du an die Personalabteilung in diesen großen Unternehmen herantreten müssen. Da brauchst du eine ganz andere Target-Group als das eigentliche Unternehmen, was nachher dein Auftraggeber wird. Also achte peinlich genau darauf, wer tatsächlich deine Zielgruppe ist und wer die Ansprechpartner sind und wer die Personen, die 500 Personen dann sind, die du erreichen möchtest durch den Content, durch Paid-Traffic, also durch Bezahlwerbung bei Facebook-Ads, YouTube-Ads oder Google-Ads. Also dass du ganz genau weißt, wer deine Zielperson ist, weil du dann auch erst weißt, was deren Beweggründe sind und weil du dann auch erst weißt, wer die Personen sind. Sind es Männer, sind es Frauen, Jünger oder Ältere etc. Wer sind also tatsächlich die Entscheidungsträger? Und erst dann macht es überhaupt Sinn, diese Zielgruppen anzusprechen, Content oder Kampagnen zu produzieren, mit denen du dann den Traffic auf deine Landingpages, also in der Regel sind das Umwandlungszeiten, wo Menschen Anfragen stellen und sich dann als Lead bei dir qualifizieren. Auch die Lead-Agenturen machen nichts anderes, als dass sie guten Content oder Anzeigen präsentieren. Die Menschen dort darum bitten, sich einzutragen und dir dann diesen eingetragenen Kontakt als Lead weiterverkaufen. Das kannst du dich auch selbst machen, wenn du das entsprechende Geld und Know-how hast, die Reichweite zu erzeugen. Damit du aber auch die richtigen Besucher oder User anziehst, die überhaupt dann, wenn sie zum Lead konvertieren, auch echtes Geschäft machen können, brauchst du vier Kriterien, um abzuschätzen, dass du die richtigen Menschen auch angezogen hast. Es gibt also vier wesentliche Kriterien, die ich dir jetzt gerne mit auf den Weg geben möchte. Das erste wichtige Kriterium ist, dass die Person überhaupt befugt ist. Wenn also beispielsweise der Assistent eines Geschäftsführers sich einträgt, um ein großes Angebot zu bekommen, eine Firmenveranstaltung zu machen, nun ist dieser Assistent nicht unbedingt derjenige, der auch berechtigt ist, Entscheidungen zu treffen, Aufträge zu erteilen. Für dich ist also ganz genau auch wichtig zu wissen, ob diese Person auch handlungsbevollmächtigt ist, Prokurat, Geschäftsführers, zeichnungsberechtigt ist, entscheidungsfähig ist. Du brauchst also den Entscheidungsträger, der tatsächlich auch mit dir später den Vertrag oder den Auftrag unterschreibt oder erteilt. Der zweite Aspekt, den du prüfen solltest und den du vielleicht auch hier zwischen Besucher und zwischen Lead-Generierung auf deinem Formularfeld abfragen solltest, also deiner Landingpage, ist, ob diese Person tatsächlich auch einen echten Bedarf hat oder sogar besser einen Leidensdruck hat, also eine Motivation hat, tatsächlich auch etwas zu tun, dein Produkt zu erwärmen oder deine Dienstleistungen in Auftrag zu nehmen. Das heißt, ermittle auch konkret den Bedarf, frag also konkret ab, was von den Alternativen, die du möglicherweise anbietest, woran er Interesse hat, welches Problem er gelöst haben will. Ansonsten wird die gesamte weitere Arbeit nach der Lead-Konvertierung im Sales-Funnel zum Abschluss einfach vergebene Liebesmühe sein, also rausgeschmissene Zeit und Geld. Kommen wir zum dritten Aspekt, der genauso wichtig ist, wenn deine Leads konvertieren sollen, dass tatsächlich hinten, wenn das Angebot dann unterbreitet wird, die Person auch die Fähigkeit und den Willen hat, auch die Gegenleistung zu bringen. Das bedeutet, dich ganz konkret bezahlen will und bezahlen kann. Wenn du das nicht vorher abfragst, dann hast du von deinen Leads vielleicht 50% Menschen drin, die deine kostenfreien Erstgespräche, Analysen, Angebotsgespräche ausfüllen. Das können 10, 20, 100 Stunden im Monat, in der Woche sein, im besten Fall vielleicht, wenn du entsprechenden Traffic hast am Tag. Und das gilt es wegzufiltern, dich dafür zu beschützen, den du vorher fragst, wie hoch ist dir geplantes Budget? Und du weißt dann selbst intern, ob dieses Budget überhaupt im Verhältnis steht zu deinem Leistungsangebot, was du ganz hinten dann beim Abschluss auch offerieren wirst. Also schütze dich hier vor Menschen, vor Mitgliedern des Stamme NIMS, die nur haben wollen, nehmen wollen, aber nichts geben wollen. Und das ist hier schon wichtig bei der Lead-Konversion, dass du das hier vorher abfragst. Beim vierten Aspekt ist es auch wichtig, dass du den Kunden fragst, innerhalb welchen Zeitraums er sich üblicherweise entscheiden kann, entscheiden darf oder entscheiden will. Also wenn er mit dir in einen Prozess geht, Angebotsunterbreitung, vertiefende Analyse, vielleicht dann ein Entwurf des Angebots, Nachbesserungsangebots, bis zum Closing, bis zum Abschluss, sollten in der Regel nicht länger als sechs, maximal zwölf Monate, das hängt von deinem Geschäftsmodell ab, dann sich befinden. Wenn der gleich sagt, ich wollte nur mal reinschauen, ich wollte nur mal horchen, ich wollte unverbindlich mal ein Angebot anfordern und ob ich mich dieses Jahr oder nächstes Jahr oder im Laufe des Lebens entscheide, weiß ich noch nicht. Nun auch hier empfehle ich dir, den lieber rauszufiltern, nicht als Lead in deinen Sales-Funnel mit reinzunehmen, der dann wieder Ressourcen bindet, sondern hier zu erörtern, mitzuteilen, dass üblicherweise innerhalb von zwei bis drei Monaten auch eine Entscheidung gefunden werden muss, um zum Beispiel deine Ressourcen auch bereitzustellen, die du zurückstellen musst, um das Angebot auch tatsächlich umzusetzen. Also, vierter Aspekt, achte darauf, dass der andere auch einen Zeithorizont hat, eine Frist hat, in der oder bis zu der er sich entscheiden möchte, will und kann. Damit deine Leads tatsächlich auch optimal versorgt werden, betreut werden und du die optimale Ausbeute hier in diesem Funnel von links nach rechts hast, brauchst du auch einen Prozess, meistens ein digitaler Prozess, der zum größten Teil auch automatisiert ist, also wo Automatisierungsregeln hinterlegt sind, sowohl nach draußen zum Lead, zum Kunden, zum Potenziellen, als auch noch innen zum Mitarbeiter. Und dieser Prozess hat den Namen LNP abgekürzt, also ausgesprochen Lead Nurturing Process und das meint so viel, wie das die Versorgung sichergestellt sein muss. Also, was meine ich damit? Im negativen Beispiel habe ich bei unserem System schon Leads gefunden, die einige Monate, teilweise Jahre da vor sich hin schimmeln. Und du weißt, was mit Lebensmitteln passiert, die du in der Ecke im Kühlschrank vergisst. Da kommen die Motten, die fliegen, die Mäuse und das Ganze wird nicht mehr tatsächlich essbar und richtet Schaden an. Und genauso passiert das auch mit den Leads. Wenn die sich in deinem System, deiner Kontaktkarte, in der Landingpage eintragen, konvertieren und nun von dir den nächsten Schritt erwarten und der kommt nicht, es nimmt keiner Kontakt auf, es wird die Checkliste nicht geschickt, es wird kein Anruf getätigt, es gibt keine kostenfreien Erstgespräche oder es gibt danach nicht die entsprechenden Angebote. Nun, da fühlt er sich persönlich abgelehnt und macht natürlich das Beste, was er machen kann und stimmt mit seinen Füßen ab und geht woanders hin oder mit seiner Tastatur. Aber meistens kann es auch dazu führen, dass dann diese Personen das persönliche Gefühl haben, dir etwas Negatives zu hinterlassen. Und zwar im Internet, bei Google gibt es einen Negativ-Eintrag. Diese Person hat sich seit zwei Wochen bei mir nicht gemeldet. Ein Stern. Ja, und das machst du hundertmal, dann bist du also bei einem Stern Google-Rezension und welche Auswirkungen das hat, das ist dir sicherlich bekannt. Was du also machen solltest, dass du eine Software in Betrieb benimmst, die automatisch die entsprechenden Lead-Konversion, also die Menschen, die sich bei dir eintragen, in welches Feld auch immer, dass dieses Formularfeld nicht einfach dir eine E-Mail schickt und du dann auf die E-Mail antwortest, sondern dass dieses Formularfeld verbunden ist mit einem Lead-Funnel, der automatisiert läuft. Welche Software nutzt, das bleibt dir überlassen. Wir haben uns nach vielen Versuchen für eine gute entschieden. Und diese Software sollte dann verschiedene Phasen haben. Also zwischen Lead bis zum Kunden sind bei uns in der Regel so 20, manchmal auch 30 Einzelfasen, die es dann zu durchschreiten gilt und teilweise automatisiert sind. Und das Wichtigste ist, dass ein Kunde oder ein Lead, der reinkommt und Kunde wird, der vielleicht auch Up-Sales, also Zusatzverkäufe oder wenn er zurzeit in deinem Hauptangebot nicht interessiert ist, Down-Sales auch letztendlich verkauft oder Cross-Sales, dass du andere Produkte, die er ursprünglich gar nicht auf dem Schirm hatte, anbietest. Also letztendlich, wenn der Lead einmal in dein System, in deinen Prozess reingeht, er sorgt dafür, dass er sich immer aufgehoben, gewertschätzt, betreut, rechtzeitig kommuniziert fühlt und dass er dann so oder so Angebote von dir bekommt, die er gerade braucht. Also auch Umfragen kannst du einbauen, was könnten Sie sich vorstellen noch zu brauchen, außer mein erstes Angebot oder die meisten Kunden, die bei uns das bestellt haben, auch das bestellt, wäre für Sie das auch ein Thema. Wäre es für Sie okay, dass ich Sie in drei Wochen, drei Monaten, drei Jahren nochmal anrufen darf, um aktuelle Neuigkeiten dort mitzuteilen. Haben Sie Interesse an unserem Unternehmens-Newsletter oder kennen Sie schon unseren YouTube-Kanal oder LinkedIn-Profil und so weiter. Du kannst also viele Dinge anbieten, nicht alle auf einmal, sondern vielleicht über einen langen Prozess, über Tage, Wochen, Monate, sodass dort etwas passiert, dass interessante Sachen angeboten werden, aber ohne den Kunden überzubelasten. Also dass er sagt, oh, ich werde hier vollgespammt und dass er dich dann in den Spam-Filter packt, das kann irgendwann dazu führen, dass dein Server auch auf die schwarze Liste kommt. Also viel wichtiger ist es hier, oder deine E-Mail-Adresse, viel wichtiger ist also hier, dass du ein durchdachtes Lead-Nurturing-Prozess-System entwickelst. Dazu brauchst du eine gute Software, dazu brauchst du viele Phasen und mach dir Gedanken, was dieser Lead dann schon, bevor er Kunde geworden ist, bei dir erlebt, weil davon wird sicherlich auch seine Zeichnungsabsicht, seinen Closing-Entscheidungen auch abhängen, dass er dir den Auftrag gibt. Also zusammengefasst sind Leads natürlich etwas Gutes, weil sie aus dem anonymen Meer des Internets der User, die unterwegs sind auf allen möglichen Suchmaschinen und Webseiten, sich auf deiner Seite, auf deiner Landingpage, auf deiner Werbeanzeige eingetragen haben, persönlich eingetragen haben mit ihrem Namen, E-Mail-Adresse, vielleicht sogar der Rufnummer. Und diese umgewandelten, ja, anonymen User, die jetzt erstmals ein Name, ein Gesicht und vor allen Dingen, wenn du auch ein Double-Opt-In-Verfahren hast, auch die Erlaubnis bekommen haben, also du bekommen hast, mit denen in Verbindung zu treten, sind natürlich viel wert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind sie auf keinen Fall schon Kunden. Deshalb achte darauf, wenn dir Marketingagenturen versprechen, dass sie online dir viele Kunden beschaffen, ist unsere Erfahrung, dass es zunächst, wenn überhaupt, Kontakte sind, die zum Beispiel über soziale Medien, LinkedIn und Co. dann generiert werden. Aber aus einem neuen Kontakt, also Kontaktanfrage, Beziehung, Freundschaft, Vernetzung, hast du noch keinen Lead generiert. Und aus diesem Kontakt muss also dann erstmal ein Lead generiert werden. Und wenn du tatsächlich 50 Leads haben willst, dann muss die entsprechende Marketingagentur, wenn sie gut arbeitet, gut filtert, die richtige Zielgruppe findet, dann erstmal 500 Kontakte für dich aufbauen, die tatsächlich auch die Zielgruppeneigenschaften haben und die dann auch später diese vier Kriterien erfüllen. Denn erst wenn diese vier Kriterien erfüllt sind, hast du echte Leads. Also dass das Budget, der Bedarf und die Befugnis da ist und dass die Menschen überhaupt nicht innerhalb der nächsten Wochen, Monate entscheiden können und wollen, erst dann hast du einen konkreten, echten Lead. Und dann beginnt erst die vertiefende Analyse, die Angebotsgespräche und das Closing und dann hast du deinen Auftrag. Und das Ganze solltest du durchrechnen lassen und du solltest dir von den Agenturen, von den Anbietern auch schriftlich bestätigen lassen, wie der Gesamtprozess von Kontaktgewinnung, Leadgewinnung, Kundenkonversion aussieht, um dann auch festzumachen, wie viel kostet dich dann der einzelne Kunde. Also die Acquisekosten, also CAC abgekürzt, wie hoch sind sie tatsächlich dann pro Abschluss. Und dann kannst du ganz betriebswirtschaftlich entscheiden, ob das Sinn macht oder ob du drauf zahlst. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, wie du dein Unternehmen so aufstellst oder den Prozess so aufstellst, dass du Lead gewinnst, konvertierst und Kunden gewinnst, so haben wir bei der X-Group auch Spezialisten dafür, überhaupt den Online-Marketing-Prozess einzurichten, das Konzept dafür aufzustellen und wir helfen dir auch dabei, die entsprechenden digitalen Prozesse und die Automatisierungsprozesse so aufzusetzen, dass du wenig Zeit damit verbringst, im Alltagsprozess diese Leads auch zu betreuen. Dass du natürlich Zeit dafür brauchst, das ist dir klar, aber dann sorg dich für die echten Leads, dass sie tatsächlich Kunde wären und dann hast du gelingt, Aufwand immer noch, die Kunden abzuarbeiten, das sei denn, du verkaufst digitale Produkte. Wenn du also mehr wissen möchtest, dann buche jetzt nicht nur den Kanal, abonniere ihn, drücke auch die Glocke, dass du in Zukunft bei neuen Videos informiert wirst, sondern drücke auch auf den Link unterhalb des Videos, du kommst dann direkt auf unser Angebot eines kostenfreien Erstgespräches. Wir machen mit dir gerne eine vertiefende Analyse, gucken dann, wo wir dir helfen können, nicht nur bei den Marketingfragen, sondern auch bei Finanzierungsfragen, bei rechtlich steuerlichen Fragen haben wir die entsprechenden Experten, die dir aus unternehmischer Sicht auch weiterhelfen können und wollen. Und ich wünsche dir dabei viel Erfolg, dass du auch im digitalen Gewässer fischst, dass du auch Kundenaufträge gewinnst, aber lass dich nicht über den Tisch ziehen, dass dir jemand nur viel teures Geld Kontakte verkauft und noch nicht mal Leads und dann vielleicht noch die falschen Leads, die niemals Kunde wären. Das bitte vermeide und wir helfen dir von der Ex-Group auch gerne dabei, einen richtigen Weg zu finden. Dein Daniel Schäfer.